Es ist schon wieder etwas Unfassbares passiert. Dieses Internet ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Ich habe das Ganze mitverfolgt mit Jerome und seiner Ex. Hat jeder von euch. Ist okay, beide geben sich eine öffentliche Rosenstacht. Der eine beschuldigt den, der andere den, dann mischt sich der noch ein. Aber warum sind Menschen da draußen so skrupellos? Warum mischen sich unbeteiligte Menschen in Angelegenheiten anderer ein? Okay, es ist öffentlich, sie reden öffentlich darüber. Ihr seid die Zuschauer. Warum denken Menschen nicht daran, wie sehr Worte einen verletzen können? Es gibt Menschen, die sind stark, die sagen, das ist mir egal. Aber es gibt auch Menschen, die trifft jedes einzelne Wort. Ich bekomme auch ab und zu mal Nachrichten von Leuten. Die schlimmsten Schimpfwörter, irgendwelche Beleidigungen. Aber ich stecke das weg. Ihr wisst doch gar nicht, wie stark oder schwach die Psyche eines Menschen ist, der am anderen Ende sitzt. Der Feuerendfacher war jemand anderes. Aber die, die Benzin reingegossen haben und das Feuer am Ende ausgetreten haben, sind die, die diese Nachrichten geschrieben haben. Wie hobbylos, wie unzufrieden können Menschen nur mit sich selbst sein, dass sie jemanden solche Nachrichten schicken. Wenn ich jemanden nicht mag, dann schaue ich ihn mir nicht an, dann ignoriere ich diese Person, lösche ihn, blockiere ihn. Ich gehe nicht auf seine Seite, beleidige ihn aufs Übelste, schicke Morddrohungen, schicke irgendwelche Sprachnotizen und mache richtig ekelhafte Bemerkungen. Ich ignoriere diese Person. Und ich sage euch eins, diese Menschen, die solche Nachrichten verfassen und an andere schicken, sind von Grund auf mit sich selbst, mit ihrem Leben und mit dem, was sie gerade sind, 100% unzufrieden. Sucht euch ein Hobby. Geht ins Wohnzimmer. Strickt. Geht raus boxen. Geht irgendwo zur Bundeswehr. Geht irgendwas Gescheites machen in eurem Leben. Anstatt euch ins Internet zu setzen und setze lange Nachrichten an jemanden zu schreiben, den ihr hasst. Leute, ich sage euch eins. Wie gesagt, ich bekomme sehr selten solche Nachrichten. Aber wenn ich die bekomme, sind sie ganz schön saftig. Manche schreiben mir solche ellenlange Texte. Ich poste die ab und zu in meine Story. Leute, allein diese Nachricht zu verfassen, dauert 5 Minuten, 10 Minuten. Wie kann ich meine wertvolle Zeit, die ich hier auf dieser Welt verbringe, mich da hinsetzen und 10 Minuten jemandem Hass-Nachrichten schicken. Was bringt das dir? Was bringt das dir, außer diese Person zu verletzen? Und was bringt es dir, diese Person zu verletzen? Was hast du davon, wenn diese Person dann später sagt, Scheiße, mir geht es nicht gut. Warum schreiben die mir sowas? Wie? Geilt es dich auf? Du siehst doch noch nicht mal. Du siehst ja noch nicht mal diese Reaktion von dieser Person. Und wie? Was geilt dich daran auf? Allein dieser Gedanke, oh, jetzt ist er verletzt oder was? Ich verstehe diese Menschen da draußen nicht und deswegen ist das Internet das Schlimmste, was es gibt. Diese Frau, egal was sie getan hat, egal wer sie ist, sie ist 25 gewesen, hat ein komplettes Leben noch vor sich gehabt, hat ein kleines Kind hinterlassen. Dieses kleine Kind wächst ohne seine Mutter auf. Die Eltern, die Verwandten, die Freunde, die habt ihr verletzt. Es kann ein Jérôme Boateng sein, es kann ein JC sein, ein Bad weiß ich wer. Ihr könnt nicht einfach wie Lemma blind jemandem folgen. Wenn diese Person, ihr kennt diese Person doch gar nicht. Ihr seht, okay, er kann perfekt Fußball spielen, er sieht cool aus, dies, das. Mehr kennt ihr von dieser Person nicht. Ihr kennt nicht seine dunkelsten Geheimnisse. Ihr kennt nicht, was er sonst so macht, wenn er nicht vor der Kamera steht. Und wenn er ein Statement rausbringt und ein bisschen so über jemanden redet, warum glaubt ihr Menschen, die im Social Media aktiv sind, die Stars sind, Sportler sind, blind? Wieso glaubt ihr diesen Menschen blind? Und auch wenn ihr diesen Menschen blind glaubt, habt ihr nicht das Recht, die andere Person anzugreifen. Leute, ihr habt euer eigenes Leben. Ihr habt euer eigenes Leben. Kümmert euch um eure Frau, um eure Mutter, um euren Vater, um eure Karriere, um eure Zukunft, um irgendwas, kümmert euch um euer eigenes Leben. Ganz einfach. Und genau diese Leute, die andere Leben beobachten, die sich nur in andere Angelegenheiten reinmischen, die genau auf solche Sachen warten und Leute beleidigen bis zum Gehtnichtmehr, aus denen wird nie was. Fertig aus. Weil ihr eure Kraft zu sehr auf andere Menschen fokussiert. Fokussiert eure Kraft auf euch und eure Familie und euren Kreis. Und versucht eure Energie, Leute, es hört sich zwar komisch an, versucht eure Energie in euer Leben zu investieren und nicht in andere Leben zu investieren. Und ich sage euch eins, für die Zukunft, vielleicht habe ich ja den einen oder anderen die Augen geöffnet. Die, die solche Nachrichten schreiben, sind am Ende schuld an einem Tod eines Menschens. Fertig. Es ist einfach Fakt. Und 80% dieser Nachrichten kommen von kleinen Kindern. Und die haben eh kein schlechtes Gewissen. Die denken sich so, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe nur geschrieben, dass sie eine H*** ist. Fertig. Leute, ihr wisst nicht, wer am anderen Ende sitzt. Und es ist eine Nachricht, die gelesen wird. Ob du jetzt 12 Jahre alt bist, 9 Jahre alt bist oder 50 Jahre alt bist, das weiß derjenige nicht am Anfang, wenn er diese Nachricht liest. Er liest diese Nachricht, eine Beschimpfung, Beleidigung, Todeswunsch, Morddrohung. Und die geht ins Gehirn. Und ich sage euch, von 100 positiven Nachrichten, wenn eine negative da ist, diese negative bleibt im Gehirn. Die positiven gehen leider durch. Und ich sage euch eins an die Leute, die sowas gerne machen. Die Leute beleidigen, ihre Meinung äußern mit Schimpfwörtern bis zum Gehtnichtmehr. Konstruktive Kritik ist okay, aber sucht euch ein Hobby. Sucht euch Freunde. Sucht euch irgendwas. Sucht euch Arbeit. Macht den PC aus. Geht. Legt das Handy weg. Wir haben einen Menschen verloren, der jetzt in der Öffentlichkeit steht. Wisst ihr, wie oft sowas passiert? Nicht in der Öffentlichkeit? In der Schule gemobbt, bei der Arbeit gemobbt, hier gemobbt, da gemobbt. Mobber sind die armseligsten und ärmsten Menschen, die es gibt. Arm an Empathie, an Mitgefühl, an Charakter. Ihr tut mir wirklich leid. Wirklich. Ihr tut mir, Leute, ihr tut mir wirklich leid. Ich hoffe an jeden Einzelnen, der das da draußen macht, irgendwann mal die Einsicht und gute Besserung. Weil das ist eine Krankheit, die in eurem Kopf ist. Glaubt mir, befreit euch von diesen negativen Gedanken und ihr werdet glücklich. Ihr werdet erfolgreich und ihr werdet ein zufriedenes Leben führen. Solange ihr diese negativen Gedanken in euch trägt, werdet ihr nur Negativität erfahren. Ganz einfach. Okay? Also, liebe Freunde, das war mein Wort dazu. Rest in Peace, Kasia. Und, ähm, ja. Es muss ein Ende haben, sowas. Es muss ein Ende haben, auch wenn es kein Ende hat. Es muss weniger werden. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Tschüss. Schreib. Vielen Dank.